Die Anonymous-Aktivist-Gemeinschaft Diese Tat wird Online-Geschäfte aufhalten und den Zugang zu vielen Seiten für viele Benutzer beschränken. Das Unterstützen SOPA ist dem Versuchen ähnlich, eine komplette Gesellschaft von einer Brücke zu werfen. Ihre Unterstützung zu SOPA ist eine unterzeichnete Todesbefugnis für die Sony-Gesellschaft und den Partnern. Deshalb, immer wieder, haben wir uns dafür entschieden, ihr Netz zu zerstören. Wir werden ihren Geist vom Internet demontieren. Bereiten sie sich vor, ausgelöscht zu werden. Gerechtigkeit wird schnell sein, und es wird für die Leute sein, ob einige es mögen oder nicht. Sony, sie sind gewarnt worden. Zu denjenigen, die unsere Mächte bezweifeln. Wir ließen in die Server der Bank of America, des USA-Verteidigungsministeriums, der Vereinten Nationen und Lockheed Martins eindringen. An einem Tag. Für ihre Billigung zur Suppe haben wir auch erklärt, dass unsere Wut auf die folgenden Personen gebracht wird. Justin Bieber, LaDi Gaga, Kim Kardashian und Tyler Swift. Operation Blackout, Engage. Operation Mayhem, Engage. Operation Lulxmas, Engage. Wir sind Anonymous. Wir sind Legion. Wir sind nicht vergeben. Wir sind nicht vergeben. Wir sind nicht vergeben. Best.